Warum sind Omega-3-Fettsäuren so wichtig? Omega-3-Fettsäuren sind deshalb so wichtig, da sie der Körper nicht selbst herstellen kann. Der einzige Weg, sie aufzunehmen, ist über die Nahrung. Wir beantworten Ihnen die wichtigsten Fragen zu Omega-3-Fettsäuren. Warum sind Omega-3-Fettsäuren so gesund? Omega-3-Fettsäuren senken die Cholesterol-Konzentration im Blut und wirken sich somit positiv auf die Blutwerte aus. Zudem verbessern sie die Fließeigenschaften des Blutes, beugen Ablagerungen in den Blutgefäßen vor und haben eine positive Wirkung auf das Immunsystem. Ein weiterer Vorteil ist, dass ungesättigte Fettsäuren dazu beitragen, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. Wie integrieren Sie Omega-3-Fettsäuren in Ihren Speiseplan? Ihr Bedarf an Omega-3-Fettsäuren kann durch den Verzehr von Pflanzenölen wie Raps, Walniss, Soja und Leinöl gedeckt werden. Auch fettreiche Fische wie Makrele, Thunfisch, Hering und Lachs sind gute Quellen für Omega-3-Fettsäuren. Andere Möglichkeiten sind der Verzehr von pflanzlicher Margarine oder Nüssen. Was passiert bei einem Mangel? Wenn Sie auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung achten, dann sollte Ihr Omega-3-Fettsäurenhaushalt weitreichend gedeckt sein. Sollte ein Mangel vorhanden sein, können Sehstörungen, Muskelschwäche und Sensibilitätsstörungen auftreten. Eine chronische Fettmallabsorption oder eine fettfreie künstliche Ernährung können Mangelerscheinungen begünstigen. Und dann können Sie auf eine ausgewöhnliche Ernährung machen.